Einen recht schönen guten Samstagmorgen, der 13. August, wünscht euch der Powerhouse an der neuen Tanksäule mit der neuen Turbo-Füll-Taste. Da geht das Füllen schneller und es schmerzt weniger. Die Sämaschine ist aufgesattelt, satt wie Grassamen abgedreht. Wir möchten 35 kg die Hektare Säen UFA 200. Ja, und die Biese geht immer noch, wie jeden Tag in der letzten Zeit, ziemlich stark. Solange die so bläst, gibt es auch keinen Wetterumschwung. Biese, das heisst Nordwind. Immer noch Franken, 2,28. Ja, und die Biese, das heisst. Ja, schwerer Boden. Hier mussten wir langsam fahren. Keine gute Flächenleistung. Bereits 12 Uhr gewesen. Ab nach Hause, Mittagessen. Der Simon fährt weiter. Ja, liebe Autofreundchen, wieder einmal sind wir bereit, um Gäste zu empfangen. Wir haben ein Hochzeitsapero. Es ist Samstagnachmittag, zehn nach drei. Ich glaube, so nach drei sind sie angemeldet. Die könnten jeden Moment einfahren. Hier, schön zum Sitzen unter den Rosen und unter den Bäumen. Es gibt ja nichts Schöneres, als im Sommer unter einem Baum zu sitzen. Da reicht ein Sonnenschirm nicht. Das Wasser, der Baum, der kühlt noch. Das ist wunderbar. Der Baum, der Baum, der Baum, der Baum, der Baum, der Baum. Da gehen wir jetzt. Die Kirchen, der Baum, der Baum. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, nachdem der Grosse Rönn auf das Aperobuffet vorbei war, sind Simon und ich wieder aufs Geld gefahren. Ja, und jetzt wird die ganze Sache noch gewalzt. Und auch die Entstaubung da. Ja. Ja, und das war es wieder von einem ereignisreichen Samstag, der 13. August. Feierabend für Bauerhausen. Die Nummer ist bei mir. Schnelle Runde, ab nach Hause, duschen. Und dann, wir fahren morgen zu zweit in den Schwarzwald mit den Motorrädern. Ja, vorgesehen ist Richtung St. Blasien. Und ob wir dann noch weiter fahren oder wieder zurück, weiss ich noch nicht. Also, das war's vom Samstag. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag oder Montag. Ich weiss noch nicht, wann ich den Video rauflade. Manchmal gibt es ein bisschen Zeitmangel oder ich schlafe ein, bevor ich den Video raufgeladen habe. Okay, tschüss zusammen, ciao, ciao.